Hallo ihr Lieben, wir machen Hackfleisch Speck Muffins. Wir nehmen ein Kilo Hackfleisch und geben ein altes Brötchen in Wasser aufgeweicht und ausgedrückt hinzu. Dann noch zwei Esslöffel Tomatenmark, einen Teelöffel Salz und einen Teelöffel Pfeffer. Alles gut verkneten. Dann noch drei Spritzer Tabasco hinzufügen. Bei der Menge wird das nicht scharf, sondern nur ein bisschen würziger. Den Ofen auf 200 Grad vorheizen. Dann nehmen wir ein Muffinblech und geben in jede Mulde zwei Scheiben Speck kreuzweise. Die Mulde füllen wir dann mit dem Hackfleisch und schlagen die Enden vom Speck übereinander. Wer mag, kann auch noch ein wenig Reibekäse darüber geben. Dann für 35 Minuten backen. Schaut euch noch andere tolle Rezepte von uns an. Ich sage danke und bye bye. Schaut mal bei uns rein. Wir haben ganz viele Playlists. Die Rezepte sind nach Kategorien, Festtagen und Kontinenten sortiert. Da ist für jeden was dabei. Und natürlich abonnieren nicht vergessen. Danke. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.